Hallo meine Freunde und dann zurück zu einem neuen Video ja, das ist jetzt das letzte Video von dem von diesem Event also für jetzt erstmal weiter weiß ich nicht aber... ah ja 1.4600 ähm, ja unser Team Moin Luke Moin Luke verloren hey ähm das Team ist ok würde ich sagen wir haben Hyper Nusse die zwei Haupt äh ok was hat denn der für'n geschehten Schub der bekommen, alter den der Lunge hier Nein, der Hook hat getroffen, ich sag's doch. Stay alive, stay alive. Aber ich meine, ich bin zufrieden mit den Placement-Matches. Weil ich hab sechs gewonnen, mehr als die Hälfte. Also bin ich vollkommen zufrieden. Ja, ich lebt die Hälfte, okay? Do not go alone, what the fuck? Ich. Seid nicht durch. F*** dich so hart ins Knie, man. Eh, na? Chaya, du auch. Du bist so nicht so gut. Hey, kann der Hook nicht so wie früher sein, man braucht so ein paar Zentimeter länger. Schirub. Ja, die rollen uns einfach nur... Schaltet den Sackenträger auf! Bohohoi! Gar! Wir müssen unsere Flocken zurückerobern! Kommt alle bei! Kommt gut, kommt die Granate. Falls ihr euch interessiert, weil ich zwar bezweifle, aber ich habe neun Gold Waffen glaube ich. Meistens für DPS. Logs sagt alle. Danke für den Heal. Ich mach jetzt die Pro-Zaya. Weil ich ja Zaya-Mail bin. Mit meinen Fußstunden da. Ja, push, push. Acht Punkte! Ja, push noch. Alles. Alles. He's coming! Heard you? Nice one, we're good, we're good. Oh, hello. Hey, what's the sword? This can't use them. Nice. My will is unbroken. Be good, be good. Good man, I think. He's here. I'm on the net. I'm lucky. You're missing, you're missing. Was she 1? Der Team hat die Flagge. Wer hat die Flagge? Er hat die Flagge! Er hat die Flagge aufgelassen. Barriere abfliegt. Der Team hat die Flagge. Manches ist so ein Monopatank. Ich bin noch nicht der Gäste. Wer ist denn, wenn ich meine Flagge aufgelassen? Das ist schon wieder eine Gäste. Er hat die Flagge aufgelassen. Der Team hat die Flagge aufgelassen. Er hat die Flagge aufgelassen. Er hat die Flagge aufgelassen. Wer und was hat die Flagge? Er hat die Flagge aufgelassen. Ja! Kann man machen. Muss und nicht. Cool. Ich will zeigen, ich habe jetzt nicht so gefällt. Es ist nicht falsch. Mit Shatter, wenn wir ihn klatschen und wir sind. Wir können ihn. Er ist nicht falsch. Zwei Bomben. 17-12. Das ist nicht so viel. Boomp ist low. Hopp, hopp. Get the right there, get the right there. Sire low? Speed? No, don't go. You're shattered, don't charge your wings. Only 15 buoys. What the fuck? I slipped. Anna, can you heal me instead of shooting the Anna? No, no, no. Nice game! All power. Is he know what? check it out. dang! This is awesome! I found 4 times as a hero, but this is too young. ja schade sorry dass ich nicht so viel mehr geredet habe ich bin sehr konzentriert schade aber egal 6 mädchen gewonnen viel verloren jetzt bin ich gespannt was für den rank ich werde aber ich schätze mal so 4200 hoffe ich halt einfach aber schon nicht viel geschrieben so so er hat die gegnerische Zahl einfach zu krass und der hielte denke ich habe ich war jetzt auch nicht der beste wie gesagt 5 Stunden 2 oder was auch immer ich kann mich einschätzen so 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 kann man sich können ja Leute das war es mit der Folge ich bin sehr zufrieden sehr 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 zufrieden und man sieht sich so 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 so